Ja, da haben wir schon mal einen Creeper. Bloß nicht explodieren. Ich habe ein Portal bei mir jetzt. Aber noch kein Schwert, glaube ich. Das habe ich nicht gekriegt. Ja, ist richtig. Shit. Ja. Okay, einer wieder weg. Oh, zwei sogar weg. Hauptsache nicht in der Nähe von meinen Gegenständen. Okay. Waffe, Rüstung. Ich hoffe, wir haben alles wieder. Hier ist noch Zeug. Boah. Okay. Erstmal ins Inventar schauen. Ein paar Fackeln anbringen. Okay, Diamanten sind drei Stück da. Das sieht gut aus. Schwert hier, Portal da. Und wir brauchen wieder ein paar Fackeln. Wichtig. Das ist echt überlebenswichtig, dass wir hier jede Menge Fackeln haben. Hier sehe ich noch einen Spawner. Es ist wohl ein... So einer. Okay. Okay. Akku ist fast leer, stelle ich gerade fest. Ein Brot. Noch ein Portal. Habe ich ein normal Dings? Nee. Aber ich kann schon mal meine Längels anziehen. Äh. Okay. Das heißt, ich muss hiermit abbauen. Steine habe ich zum Glück auch genug. Boah. Okay. Wunderbar. Weil wir ja hier sind, spawnt ja gerade nichts. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen... ...was anbringen. An Fackeln. Wir haben noch acht Stück. Die werde ich hier alle verballern. Hier ist es sehr dunkel. Boah. Habe ich mich eben gerade echt... ...angestellt. Okay. Alles wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir sind... ...wieder, äh... ...auf dem rechten Weg. Ich werde gleich... ... mir einen Weg hier hoch suchen. Da... ...ist ja auch unser... ...unser Häusle. Und ich werde da dringend schlafen müssen. Ich hoffe zumindest, dass wir... ...da gleich pennen können. Oh. Ja, ihr habt es auch gesehen, wie ich. Oh. Creeper. Und ich brauche dringend... ...jede Menge Gegenstände. ...ne... ...ok. Vier Diamanten. Rein da. Können wir schlafen? Ja, wir können schlafen. Aha. Your home was missed... ...missing or obstructed. Oh je. So, hier haben wir das jetzt erstmal. Gunpowder. Kohle. Okay, da stirbt irgendwas. Das freut mich. Eine Kiste. Aha. Fäden, Steine. Äh... ...was auch immer. Ich bin echt noch gerade... ...total kaputt. Mann, ey, war das ätzend. So, Brote. Haben wir hier auch. Sticks. Diese Poison. Was auch immer. Lapis brauche ich nicht. Die Augen brauche ich nicht. Iron und Stonesword. Aber Bane of Anthropods. Hm. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Angst oder sowas. Der... ...der Spinn oder irgendwie so. Okay. Ähm. Eisen hier. Da haben wir nichts drin. Hol ich mal das hier rein. Zwölf... ...Eisendinger haben wir. Das heißt, zwei müssten reichen. Logger. Leisure. Ähm. Wo, die kann ich auch erstmal mitnehmen? Wir geben die Portale jetzt ab. Hier sieht es sauber aus. Ein Nebenziel ist es ja auch, ähm, alles aus Diamanten herzustellen. Also eine komplette Ausrüstung aus Dias. Ich glaube, das kriegen wir vielleicht auch hin. Wenn wir nicht ganz uns blöd anstellen. Zack, das nächste. Ich hoffe, hier ist nirgendwo eine Falle dabei. Also wir haben jetzt schon... ...fünf Portale. Drei Feen noch. Dann haben wir hier acht. Und... ...ähm, ja. Ich hoffe... ...dat lübt. Dat lübt. Sieht da aus. Sieht... ...hört ziemlich krass aus eigentlich. Aber hier hinter können wir noch nicht gucken. Das geht erst auf, wenn wir wohl... Wir können jetzt natürlich hier durchgraben. Aber das wäre ja cheaten. Dahinter ist irgendwas. Ähm. Was dahinter ist, weiß ich nicht. Zack. Einmal durch. So. Ich müsste einfach mal kurz... ...äh... ...mein... ...Akku-Ladegerät an mein Handy anstöpseln. Warum passiert mir jetzt eigentlich mehr während der Aufnahme, dass die alle gehen? Eine Sekunde. Eine Sekunde. Wunderbar. Da bin ich wieder. So. Noch mal kurz hier... ...anderen Song auswählen. Oh ja. Das hört sich ein bisschen nach Enya an. Oder so. Maybe. Ähm. Vielleicht mal einen Helm basteln. Aus Eisen. Oder noch eine Eisenspitzhacke. Einen Helm bräuchte fünf. Wir haben hier aber auch noch welche. Zwölf Stück. Ach komm, pass auf. Wir machen... ...das komplette Set. Und, ähm... ...zwei hiervon. So. Dann sollte ich mir vielleicht mal... Ach so, erstmal vielleicht die Sachen aufsetzen. Huch. Das ist der Helm. Zack. Fertig sind wir ausgerüstet damit. Schaufel. Graviel brauche ich eigentlich nicht. Eisen kann rein da. Dann... ...diese Dinger wären auf jeden Fall immer gut. Und vielleicht... ...ein paar mehr davon noch. So. Eine kleine Notreserve überlassen. Falls wir mal eine Holzpieke basteln müssen. Ähm... ...vier Diamanten. Werde ich erstmal aufsparen. Effizienz. Okay. Die sind halt ein bisschen effizienter. Ähm... ...ja, sonst brauchen wir eigentlich davon nichts mit. Okay. Äh... ...es geht weiter. Äh... ...ich überleg gerade noch. Shovel. Das kann da hin. Nehm drei Schwerter. Was auch immer das hier ist. Das müsste ich eigentlich mal nachschauen. Ähm... Alternativ... ...lassen wir erstmal damit herumkloppen. Dreck. Falls wir mal schnell was bauen müssten. 1,64 erreicht. Mh... Ah, genau. Was ich noch machen will, sind auf jeden Fall... Oh! Wo kommst du her? Okay. Wo kommt der her? Der ist da rübergeklettert. Der hinten ist zu dunkel. Shit. Okay. Das heißt... ...wie viele brauchen wir? Aus einem kommen immer vier, ne? Ach, egal. 64. Zack. Und das ist richtig langsam, das Schwert. Ist wahrscheinlich nur gut gegen... ...spinnen oder irgendwie sowas. Das hätten wir da hinten gebraucht. Okay. Wir sind jetzt aber gut ausgerüstet. Hauptsache... ...kein Creeper. So wie da. Da ist es irgendwo zu dunkel noch. Oder so. Hallo! Okay. Hier haben wir auch Dunkelheit. Sehe ich sogar... ...dass es dunkel ist. Boah. Erschrocken. Erschrocken. Wir brauchen mehr Pfeile. Aber die kriege ich jetzt so nicht hergestellt. So einfach. So. Da muss ich rein. Okay. Dichter oben sehe ich. Aber ich will erst hier... ...die Dunkelheit verbannen. Hier ist es echt... ...sau dunkel. Was ist das denn? Für ein Viech, ey. Das ist mir aufgefallen. Das hat lange gedauert zum Abbauen. Ich weiß nicht, was das sind. Und ich muss hier weg, weil der Creeper kommt. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Aber ich möchte nicht, dass der Creeper mich von hinten überrascht. Hallo. Mhm. Hier, Headshot. Okay, wo ist der zweite? Kumpel? Hier war doch noch ein Bogenschütze. Hier in der Richtung waren wir auch noch nicht unterwegs, ne? Wollte eigentlich da unten aufräumen. Oh ja. Hier geht's auch noch gut ab. Mit der Dunkelheit. Ich schätze mal das ganze untere Teil da ist voll mit diesen ekelhaften kleinen Viechern. Wo ich bei ekelhaft bin, fällt mir gerade ein, ich habe gestern Erdbeerkäse wieder gesehen. Nadine Erdbeerkäse. Die K.E. ist echt ein bisschen strohdoof. Aber nur ein bisschen. So, hier auf Efficiency. Wenn ich hier runterfalle, bin ich in der Lava. Deswegen, ich müsste eigentlich am besten Lava-Strom bänden oder den hier aus der Entfernung abschießen. Keine Pfeile mehr. Hallo. Hallo. Ja, ich sehe eine Kiste. Okay. Hallo. Na, Kumpel? Ja, komm doch her. Na, okay. Ich mache sie ein bisschen einfacher. Komm. Okay. Hier sind irgendwo auch wieder diese Viecher verschw...